Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Runde Aura Plus hatten wir lang nicht mehr und mit dabei ist der Yoshi! Ja, hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Yoshi, ich möchte Puffy holen, ich werde sterben, aber ich muss Puffy holen. Okay, ich cover dich. Ich muss den Minecraft-Sound ganz ruhig stellen, weil sonst sterbe ich gleich. Ich sterbe, wenn ich das nicht mache. Da ist jemand oben, ich wette. Da ist jemand, den hau ich gleich weg. Yoshi, ich hau den weg. Ja, ich auch. Und du? Du holst dir Puffy. Oh mein Gott. Wo sind wir? Ich helfe dir! Hau ihn weg! Yoshi! Ähm, ja, ist okay. Yoshi, ist okay. Der hat Puffy! Der hat Puffy! Ich schwöre es! Der hat Puffy! Alter, wo ist er hin? Du kannst es hinten. Hinter dir. Oh mein Gott, wir müssen ihn töten. Oh! Ihn, Yoshi! Nicht mich! Ihn! Ich war das nicht! Das war er! Das war der andere, der hier gerade auch noch ist. Könnt ihr mal aufhören, mich zu hauen? Ihr seid doch doof! Ihr seid doch kacka! Ihr seid kacka! Ihr habt gehört! Oh wow wow wow! Nee, nee, geh weg! Du kackermann! Böser, böser kackermann! Das sind so böse kackermänner! Ich mag das Wort, deswegen sage ich das jetzt ganz oft. Ich habe ihn runtergehauen! Er hat eine Enderperle geworfen! Ich habe ihn nochmal runtergehauen! Er werft wieder eine Enderperle! Oh mein Gott! Yoshi, da ist wer! Der haut mir auf den Popo! Ich komme hoch! Ich komme hoch! Ich komme hoch! Ich bin unten! Ich bin unten! Er ist auch unten! Hau ihn weg! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Ich ertrinke! Oh mein Gott! So darf es nicht enden! Du musst dich kacken! Du musst dich bekacken! Nicht begatten! Sondern bekacken! Yoshi! Oh mein fucking Gott! Das wird Manu aber nicht freuen! Puffi! Äh! Puffi! Wir haben dich geliebt, Puffi! Puffi! Wir sind Puffi! 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 Jeder liebt Puffi! Wow! Oh, fast runtergefallen! Da ist Pommes! Pommes irgendwas! Pommes, geh weg! Böser Pommes! Böser Pommes! Gefest jetzt! Pommes Stone! Geh weg, Pommes! Yoshi, die hauen mich hier gerade alle! Ich bin richtig blöd gerade, gab ich das Gefühl! Yoshi! Ja! Oh mein Gott! Yoshi? Ja, 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 ich bin immer noch den einen am Feinden! Ja, schön, dass du nur mit einen kämpfst! Also, ich fühle mich gerade wie bei The Walking Dead, nur anstatt Zombies läuft ich hier gerade im Kripa rum! Ich kämpfe gegen Menschen und werde noch mit anderen Sachen betrachten! Ja, ich liebe diese Serie! Ich habe dir so gesagt in den letzten Tagen, das musste jetzt sein! Yoshi, bist du das? Oh mein Gott! Ich! Yoshi! Yoshi! Oh, das bist du! Ich helfe Ihnen, Yoshi! Yoshi! Oh, ich habe den einen runtergehauen! Lass mich doch mal kurz Snackarino machen! Ja, hier ist Stuff! Ich will Stuff, ich will Stuff, ich will Stuff, ich will Stuff, ich... Jetzt muss ich weg, ja! Ich snack hier einfach alles ab! Oh, bist du das gewesen? Ja, das kann's sein! Ich bin auch nicht weitergefahren, das ist gut! Dann ist okay! Pommes! Ich wollte mein Stuff sortieren! Was ich hier gebrauchen kann gerade, das brauche ich nicht, nämlich das... Äh, jetzt hören Sie doch mal auf hier, solchen Lärm zu machen! Das tut weh! Hör auf, das! Das ist gemein! Ich möchte doch hier ein bisschen den Stuff, den ich nicht hätte kriegen können, sortieren! Den Stuff, den ich unverdient mir angehen kann! Ja, genau diesen! Das ist meiner! Genau diesen Stuff! Ah, ich... Ah, das bist du! Ah, das bist du! Klatsch an die Wand mit dir! Oh mein Gott! Wo hast du den denn hingestellt? Weiß ich den, noch hinten! Ich weiß nicht, das kommt von alleine! Was? Ah! Wow! GG! Ist weggesneakst! Oh, eine Kripo! Ich muss hier runter springen! Oh mein Gott, da bin ich! Was er haltet das? Oh nein, das wird... Was machst du, Yoshi? Ich weiß nicht mehr genau, wer ich bin! Nicht schlimm! Oh! Ich weiß nicht, wer ich bin! Warum steigt eigentlich immer Yoshi? Ist nicht so schlimm! Jedes Mal steig ich Yoshi! So! Alles gut! Und zack, da ist ein Kürbis! Du musst den Kürbis umbringen! Es ist nicht Paluten! Du brauchst keine Rücksicht nehmen! Und jetzt gleich am Ende Paluten! GG! Das ist so richtig geil! Das wär's jetzt! Okay, es war doch Paluten! Ah! Da! 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 Das ist schon mein Kampfspruch! Ich sag irgendwie immer, wenn ich mich grad richtig konzentriere, Butter, 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 Butter! Frag nicht wieso! Bitte, frag nicht wieso! Wass mal! Oh, wie frech! Da hat mich einer von hinten! Ich hab ihn! Anger... Ich hab ihn! Ich hab Schnelligkeitstrang drin! Angerücksto... Oh! Läuft bei dir! Ja! Ich will erstmal ein bisschen hier weiter Snackerino machen! Oh mein Gott! Das ist ein Creeper! Hey! Das ist mein... Meiner! Oh! Nicht wegschützen! Creeper Tonight möchte... Wir möchten gerade eine Freundschaftsantfrage schicken! Der Creeper möchte Ihnen eine Freundschaftsantfrage senden! Er liebt dich! Joshua! Ja, hallo! Paluten! Paluten! Ich nenne ihn nicht Paluten, Paluten! Das ist sein Name! Oh mein Gott! Definitiv nicht Paluten! Wollah nicht! Der neue Skinner! Ich wollte mich extra nicht bewegen, weil ich dachte, okay, wenn du da hinten landest, könntest du sterben! Theoretisch! Ich rette dich! Oh, wir sind irgendwo verpisslich noch einer! Also ist ein bisschen... Ist ein bisschen lame! Ja, ist immer so! Wahrscheinlich ist da hinten mein Mr. Morgame, oder der ist... ...hinten bei der Baumfarm. Irgendwo ist immer einer. Ist schon ein bisschen langweilig, wenn du findest, wie ich dich finde, dann findest du, dass ich das finde, dass das langweilig ist. Yoshi, du musst dich auch ein bisschen koordiniert in eine Richtung schlagen, wo sie runterfallen könnten. Oder sterben. Hörst du wohl auf? Hörst du wohl auf mich zu? Yoshi! Ich wollte dich nur... Koordiniert in eine Richtung schlagen? Genau, ich wollte dich boosten zu ihm, dass du ihn hauen kannst. Ja, wirbel mit Schneeband ab! Das ist kalt! Das ist gemeint! Das wäre genau Schneewelle. Alter! Ich booste dich! Oh, 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 ja, ganz geschickt, boostet. Das, das, das wag ich nicht. Oh mein Gott! Da hab ich dich nicht hingebustet. Kack, kack. Wow! Hier geht's bergab! Das ist... Oh mein Gott, ich lebe. Ich lebe, weil du mein Atem bist, bin müde, weil du das kippst. Hallo, hör auf! Da ist jemand runtergefallen, wer war das? Oh, der ist, der ist den... Hier kommt der an, hier kommt der an, Vorsicht. Wo ist der anste? Bam! Ha! Oh, Yoshi, der hatte... Oh, wer hat denn den gehabt? Der hat einen Trank. Der hat jetzt was genommen. Okay, auf ihn drauf, auf ihn drauf. Ja, der hat Drogen genommen, Yoshi, ich bin nicht schnell genug. Ich hab meine Drogen schon. Warte, da steht, 3, 2, 1... Ja, jetzt! Woo! Da hinten, wir müssen ihn da hinten hinschlagen. Er ist schon mal runtergefallen, da kommt der Stech wieder hoch. Ich muss immer was essen. Da ist Palle! Jawohl, jawohl! Da ist Palle, da ist Palle! Ich hab hier Palle! Der andere ist tot. Ja, hier ist Palle! Ich se... Da, also, okay. Wir nennen ihn einfach... Oh mein Gott! Wir nennen ihn einfach... Palle, Palle, Palle! Irgendjemand... Wo denn? Schneebälle von da oben. Siehst du das? Oh, 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 ich bin fast... Da ist ein Brunnen reingefallen, diese Lava-Zwischenstätte, die man damals da war. Da oben, der ist auf... Der ist auf den Drachen von Gomme! Gomme! Ja, erstmal den anderen drachen. Ich wollte gerade den da snacken. Okay, dann kümmere ich mich um Palle. Ich kümmere mich um Gomme. Ich kümmere mich um Gomme. Okay. Ja, muss doch Gomme sein. Nur Gomme darf in den Drachen von Gomme. Das ist doch gommisch logisch. Wo ist dieser? Ach, da ist er. Er sieht mich nicht. Er hat nicht gesehen, als ich hochgegangen bin. Und unten ist er! Ich will mal sagen, dann gehe ich ihn mal besuchen. Wenn er gerade schon Fallschaden hatte. Ach, da ist er. Oh. Alter, der andere muss jetzt auch hier. Paluten. Hinter, wo ist eine Andres hin? Paluten muss hier hin. 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 Paluten muss nach hinten. Oh, der frisst Schaden, der frisst Schaden. Oh mein Gott, Paluten hat mich geschlagen. Paluten, ich dachte, wir wären... Oh Gott, das ist mir nicht. Ich dachte, du wärst meine Lieblingswaffe. Und ich dein Lieblingshörnchen. Lieblingswaffe? Jetzt verwchselst du uns aber mit Sturmwaffe hier. Der eine ist übrigens gestorben. Wer ist gestorben? Paluten? Ja? Wir sind die Letzten. Wir sind die Letzten. Oh mein Gott, der ist gestorben! Ich hab einfach niemanden gekillt, irgendwie. Äh, episch. Äh, episch, 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 episch. Auf den Drachen, würde ich sagen, ja, oder? Wobei, Drachen ist nur in eine Richtung gefährlich. Das ist wieder doof. Ja, äh, die Lieblingshörbe. Ganz oben auf den Türm. Ganz oben. Ganz, ganz oben. Du gehst den rechten hoch, ich den linken, okay? Da treffen wir uns da ganz episch. Okay. Komm wieder hoch. Ich komm wieder hoch. Okay, ich versuch mich mal hochzuwerfen. Ich auch. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Aua. Au, ich bin... Aua. Wie geht's gut? Ich bin einmal... Okay, auf so'm Balkon. Okay, und... Ich hab für die, du bist an der richtigen Seite. Jetzt stirbt er einfach so. Gleich, du hast gewonnen. Aber das ging jetzt... Ich bin ein bisschen zhaurig, ich hätte gern jemanden getötet, weißt du? Also, ich hab mich so ein bisschen so unnütz gefühlt, ein bisschen scheiße. Wie wir gerade exakt auf der gleichen Ebene hochlaufen, gleich auf sind. Ja, wir sind cool, ne? Na, zwei Herzenrecken, dann schau ich bis nach oben. Alter, ist das hoch. Dummdi-Dadi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi-Dummdi-Dadi. Zwei kleine Yoshis gehen's nachts im Dunkeln. Man hört den Einen zu den Einen der Unkeln. Warum gehen wir denn immer nur des Nachts herum? Man tritt sich an den Wurzeln, ja, die Hamsterfoten krumm Wenn's nur Schuhhanger wär, da-da-di-da-di-der Wenn nur der Wald bestördlich beleuchtet wär Badu-badum Kinderlieder werden eben präsentiert von Dani und Yoshi Hä, steck Hamster Aber was ist, wenn jetzt einer runterfällt? Dann geht's unten weiter, also das ist hier nur Startpunkt Okay, das ist nur Startpunkt Okay, warte mal Ist bei dir auch zwei Seiten offen? Äh, nur eine Aber dafür hast du ne Säule hinter dir Okay, ist das fair Ähm, wollen wir dann beginnen? Okay Nein, da ist hinter mir offen Ja, wann soll ich dich da hinschlagen? Huuu, Angelfahreld Wie bringt das grad gar... Oh Dummdi-da-di-da-di-da-di-da-di Dummdi-da-di-da-di-da-di Ey Oh mein Gott Ciao Oh, 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 oh... Oh, stürmt doch bitte. Bitte, bist Du tot? Bist Du tot? Natürlich nicht! Ich hab die Niederperle kurz vorher runter Gebrauchen. Du czy fuß�ch jetzt Ninander- Ich fühl mich ein bisschen fett. Ja, hier ist gerade... Nicht nur du... Er hat einfach einen halben Torn ein... Oh! 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 Das ist Katzen! Der hätte sie mich runterschlagen können! Ich hätte dich ja nicht mal gesehen... Okay, okay! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Yashi! Wir planschen hier... Fand ich, ähm, sehr erregernd, müsste ich jetzt schon sagen... Wenn du nicht mein Hamsterbrüdy wärst ne... Dann wär das... Dann wär das nicht mein Hamsterbrüdy... Puh! Das... Alter! Hauptsache, wir schlagen uns beide und sind einfach auf der ganz anderen Seite da Kati jeweils... Ich kaufe nichts. How about end up? How about noob? Du musst sterben! Stirb doch endlich! Sieh es ein! Oh, fuck. Hi. What about noob? Fuck. Das war ein Schlagen, während du geportet wurdest. Das war angedrehter Port, war das? Ich wäre gerade fast gestorben deswegen, wegen dem angedrehten Porno-Port. Angedrehten Port, ey! Was lauerst du mir da an? Jetzt ernsthaft zwei Enderperlen geworfen? Ich wollte eine. Nein! Oh Mann! Du kannst mich mal! Ich kaufe nicht! Ich möchte ihre Kanupfe nicht kaufen! Da-da-da! Da! Nein! Aua! Hashtag voll Damage! Hashtag verpiss dich! Hu! Hashtag Aua! Hashtag geh weg! Ich glaube es muss ja runter! Nein! Dein Papu muss da runter! Jaaa! Genau! Ich fühl mich so... Un... Wohl! Hier! Nein! Ich legge! Ich legge fest! Jaa! Merk schon! Komm! Ich versuch dich nicht zu sagen! Das bin ich! Gehen sie weg! Fang! Sie sind unwürdig! Fang! Fang! Ich sagte bereits! Ich finde sie unwürdig! Ich erkenne sie nicht erstes meinen an! Gehen sie! Verpissen sie sich! Oh fuck! Jetzt was hier... Oh Gott! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott! Es leckt so stark! Leckt es mit dir wenigstens auch! Jaaa! Ah! Ja genau! Wir hauen uns fünfmal währenddem wir in dem Wasser sind und auf einmal fliegen wir 10.000 Meter nach hinten! Oh! Das kann ich auch! Hu! Oh! Gott! Erstmal am Essen beide! Oh! Oh! Guck mal! Das kann ich auch! Loser! Oh! Hu! Erstmal voll verwirrt! Das ist ein Schweizer! Du musst sterben! Du bist mein Lieblings-Hamster-Brudi! Stopp! Hahahaha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ich hab schon einen Hamster gesehen! Die haben eine kürzere Lebenszeit gehabt als du, Gatti, in der Gelb! Ha ha ha! Ha ha! Also meine Hamster sind damals aber schneller gestorben! Ha 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 ha! Ha ha ha! Die haben dich 15 Minuten durchgehalten! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Hier fühl ich mich auch wohl! Hier fühl ich mich wohl! Ha ha ha! Ist okay! Lass es zu! Das ist zu! Lass es zu! Lass es geschehen! Lass es geschehen! Was ist geschehen? Was ist geschehen? Ich wollte dich wiedersehen, doch nun kann ich dich nicht ausstehen. Das denkst auch nur du dir. Oh Gott, gerade ist irgendwas kaputt gegangen. Oh, du hast einen Wasserblock hier rausgeschlossen. Komm mal, komm mal, hallo. Ich schieße noch viel mehr da raus. Oder du. Oder du schießt noch ein bisschen was raus. Dein Helm ist kaputt, weißt du das eigentlich? Ja, die Sache. Ich weiß, dass du auswechselst, das Zeug hast. Hatte. Lass uns mal kurz essen. Willst du mich verarschen, dass hier ist Krieg? Krieg! Oh Mann, Yoshi! Du bist gemein. Jetzt muss ich wieder außen rum. Den soll ich mal einwerfen. Sonst wird das noch ein bisschen ungünstig hier. Yoshi, ich hab unverdientes Zeug. Ich möchte dieses unverdientes Zeug nutzen, um dich zu töten. Ich, äh, auch. Gib es mir, ich möchte dich damit auch kaputt machen. Komm her! Ah, Mann! Oh Gott. So. Oh, wenn dir jetzt runtergefallen ist, wäre es lustig gewesen. Nein, wäre es nicht. Finde ich irgendwie nicht so. Finde ich ein bisschen dramatisch, was gerade bei uns abgeht. Ich lasse mich mal ein Brüderchen und Schwesterchen. Ich weiß nicht, wie lange du das Spiel noch machen kannst. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich bin gerade irgendwie total... Ah, ich weiß nicht, die Runde war nicht so gut für mich. Sie weiß nicht, wie viel. Wir sind schön zu zweit hier durchgeraucht. Oh. Oh nein! Äh, hi. Ich glaube, wir müssen gleich in die Arena, wenn es nicht klappt. Das Ding ist, es geht sowieso einem gleich spätestens irgendwann mal das Essen oder die Enderperlen aus. Also Essen habe ich noch 24. Und du? Ganz viel! Das ist schön. Ja, Hashtag Not. Hashtag, ich schlag dich. Hashtag Lex. Viele Lex. Oh, weißt du was? Ich muss dir was sagen. Warte mal, warte ganz kurz. Hör mal ganz kurz auf. Was ist mir gerade eingefallen? Nein! Da ist ein Loch im Boden! Nein, ich bin tot! Gewonnen! Ich wollte dir nur Puffy zeigen! Mit der Kraft von Puffy! Hab ich dich umgebracht! Und Birgit hat zugeguckt! Birgit hat zugeguckt! Hallo, Birgit! Ja, Birgit! Oh mein Gott, ich kann es nicht schreiben. Ich kann es nicht schreiben. Birgit! Ich wollte dir nur Puffy zeigen! Mit der Macht von Puffy! Birgit hat dich eingeschüchtert! Puffy! Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen! Schaut bei Yoshi vorbei! Und Puffy! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Puffy!